Und so. Wir sind nur zwei. Ja und? Ja gut, vielleicht kommt ja noch Phil oder Joran oder so mit hier dazu. Und irgendwann, hä, weißt du, Pferdestall halt, Pferde drin haben. Riesen-Kuhstall, Kühe drin haben. Einfach haben, komm nochmal schlafen bitte, bevor... Ja, hab ich mir auch gerade überlegt. Eben, einfach haben, ich meine, für was brauchen wir eine riesen Festung? Dann würde auch dieses Haus hier reichen. A la wie es mich anklotzt. Dann hätten wir aber keinen Sinn mehr zu spielen, weißt du, merkst du was? Unser Überlebensbedarf ist ja jetzt schon gedeckt. Ah, warte mal, ich glitsch grad rum. Musst du übrigens nicht abbauen, neu reinlegen reicht. Deine Mutter. So. So, wo meintest du in der Wüste einen Tempel suchen? Zum Beispiel, ja. Hey, guck mal, die Nachbarn brennen mal wieder. Warte, zeigt er jetzt auf mein Bett? Sollte, und weiße, zum Spawn zeigen. Ja, zeigt er auch. Ist der Spawn echt da hinten? Anscheinend. Ohlolol. Wie? Wo hinten? Hast du auch einen Kompass? Ja, ja, ich hab mir auch einen gemacht. So. Tschüss, Skeletteree. Oh, das hat ein Buch umgelootet. Hammer. Was läuft mein Pferd jetzt? Pferde können nicht so gut schwimmen, hab ich gehört. Bam. Bam, heute hier. Fall da nicht runter, bitte. Sieht prämisch aus, dass die Leine runterfällt. So, was mach ich dabei? Hm, hm. Muss den Raum vielleicht noch ein bisschen erweitern. Oh, entweder es laggt oder reiten es bunt. Das ist, ja, wenn du gerade in neue Biom-Mode so reitest. Das ist echt. Dann wird es ja generiert. Na, ich glaube, es liegt daran, dass das Pferd so ein bisschen immer an den Bäumen hier gerade blockt. Aua, das hier hat Schaden gekriegt. Hier sind Wölfe. Und das war ein Tempel. Ich hab gerade ein Tempel gesehen. Echt? Nice. Ja. Und wie viele Wölfe hier sind. Wenn da jetzt auch noch ein Sattel drin ist, ne? Wer Premium war, aber ich hab jetzt nichts, um mein Vier anzuleihen. Läuft das weg? Das ist Problem. Man weiß nicht, läuft es nur in einer kleinen Umgebung oder so. Ich nehm den Sattel vor, es ist halber ab. Gelett, oh fuck, halt. Warte mal, die haben sich doch noch irgendwie hier schwerer gemacht, die Tempel, oder? Äh, nein, nein, das war im Hardcore. Hardcore waren die so abgefuckt. Mhm. Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht auf ne Trapboard trete. Bumm. Ach, ist ja sogar nur eine, Mensch. Ja, eine in der Mitte. Sattel. Bitte? Sattel. Dattel? Dattel. Ach, Sattel. Alter, nuschel ich so. Und ich würd sagen, mein Pferd kriegt ne goldene Rüstung. Lol. Ernsthaft? Ja. Ich würd sagen, mein Pferd hat doch eben grad ein Herz verloren. Nein. Ja, ich bin gesprungen und war ein bisschen hoch, anscheinend. Alter, wo ist es hingelaufen? Ferdi! Oh, das ist schon ein Schiss, Alter. Ey, Hauptsache, er ist erst mal auf den Tempel gelaufen. Ja. Oh, das ging ja schnell, ne. Tja. Ja. Weißt, ich lauf hier durch die Fall. Wüste. Tempel. Warte mal, ich hab. Wer hat den Tee? Ich. Lums muss noch anzumerken. So, Hundis nehm ich auch mal mit. Ich glaub, ich glaub, noch 21 Knochen in der Kiste gefunden. Was? Oh, geht ab. Aber. Lass mich ein paar übrig. Ich würd gern auch noch ein paar Punkte holen. Man kann die doch züchten, oder? Sind das dann automatisch meine? Das sind, glaub ich, dann automatisch deine. Wir waren eben noch mehr. Ich hab jetzt nur noch einen gefunden. Boah, ey, Alter. Halt richtig Premium. Dass ich mein Fett jetzt die ganze Zeit an der Leine hinterherziehen muss. Eigentlich kommt der Köter so mit. Alter. Nein, ich will dich jetzt grad nicht reiten. Geh weg. Gott. Gut. Und da ist noch ein zweiter Wachhand. Mehr. Bonny? Ah, Leine ist weg. Ist die jetzt kaputt? Ich weiß es nicht. Weg. Warte runter. Ne, will ich noch mitnehmen. Und da steht mein Pferd. Ah, der Leine ist anscheinend weg. So. So, komm, Tunis. Okay, gut. Wir räumen sich ja eh nach. Alles klar. Oder man kann Hunde doch mittlerweile züchten, oder? Was ich weiß. Äh, kann man schon immer? Nee. Doch. Ja. Ja. Ernsthaft? Ja. Gut, das wusste ich. Noch ein Apfel. Gut, da kommt ihr. Ist das nur einer? Ach. Auch. Die sind. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheine. Danke. Danke. Ciao. Hallo Hi Kannst du mir mal eben ne neue Leine besorgen? Dann müsste noch eine in der Kiste liegen Hm, okay Jo So, kommt her Köterz Du bist schon fast erwachsen Da Nice Danke Und hier Ja Das ist meins, das hat schon Sattel Was hast du? Was? Ach deine goldene Rüstung Ja, sieht man aber noch nicht, deswegen warte ich noch bis der Fix kommt, nicht dass sie mir bis dahin schon kaputt gegangen ist Ähm, das ist nur ein Grafikglitch, kein Funktionsglitch Weiß Aber wenn man sie eh nicht sieht, muss ich sie mir auch nicht kaputt reiten, oder? Wofür solltest du sie sonst verwenden? Damit es schöner aussieht Ja, Schutz Dafür sind die da 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 So, bist du erwachsen? Ne, bist immer noch nicht erwachsen, oder? Und drei Smaragde, oh lol Ja Dorf haben wir also noch nicht gefunden Stranger Boyle ist noch nicht fertig Ja, wenn du willst Kann ich ja, können wir ja Wenn's wieder hell ist, nochmal zusammen losreiten Dann kannst du dir auch noch einen Wolf holen Vielleicht ja wo die Wölfe sind Und dann gucken wir in der Wüste nochmal Ich war halt nur am Anfang der Wüste und da war halt nur ein Tempel In der Wüste wäre ich halt zum Spawn geritten Und hätte mir da Geholt Kommt weg Naja, die sind hier ganz in der Nähe Ist doch dann auch praktisch, oder? Joa Paart euch! Treibt es alle miteinander! Los Gruppenorgie! Mit was kann man Hunde dingsen? Ähm Das ist wieder ein Mini-Zombie Die ist so niedlich Ja, ne? Das ist echt Weißt du mit was man die Viecher poppen kann? Ähm Hunde? Föter? Ja, Poppen fresh, wovon wir mehr als genug haben Und das ist geil Hast du gesehen, ich hab Ofen aufgestellt für Waffenproduktion von Dingen Ja Was hast du jetzt dabei? Hä? In der Truhe da draußen sind In der Linken die Steine Rechts ist Erde und Pflanzen Zeugs Was? Dass wir auch mal ein bisschen Ordnung in dem Gesten haben Okay Ja Macht nicht mehr sitzt Macht Liebe Die abgehen Sehen Ah, okay Der Kleine hört auch auf mich Ja komm, schlau Aber übertreibst du noch nicht mit der Hunde Zucht, ne? Hä? Übertreibst du nicht mit den Hunden Warum? Weil es ein bisschen bescheuert aussieht, wenn da 10 Hunde rumhocken Okay Ne, ich wollte auch nur gucken, ob die halt jetzt, äh, Dings sind Dings 3 2 2 4 2 2 4 3 2 2 Bei Mini-Zombies! Aua. Richtig knuffig, Alter. Was ist denn du jetzt? Ach, hast du das Pferd großgezogen? Das ist noch nicht groß. Noch nicht groß? No, doch. Ah, noch nicht zahm. Aber an der Leine. Soll ich's oder sollst du's? Ja, du hast jetzt gezähmt, ne? Nee, ist noch nicht. Doch, wangert Herzchen. Echt? Hm. Okay. Ja, ist ja egal. Ja, ich schreib mich eh gerade. Warte mal. Ja, ich kann auch deins reiten. Also. Zähmt ist anscheinend gezähmt, ist wahrscheinlich für alle. Okay. Aber der weiße Schimmel hier ist meiner. Meins. Knochen, hast du da schon? Okay. Jetzt geht's losreiten. Oh, warte mal. Zwei Karotten, die pflanzen ich noch kurz an. Oh, eine der Melonen ist gewachsen. Hammergeil. Die baue ich auch kurz noch ab. Und natürlich wächst sie in die Richtung. Oder? Sind das die Melonen oder das die? Alter! Raus mit deinem Pferd hier! Ich muss mal kurz gucken, ob ich da rein spielen kann. Hier hast du noch ne Karotte. Alter. Das Glück war die noch nicht gewachsen. Spacko. Das funktioniert. Man kann überstehen. Hab ich gemerkt. So. Das noch ablegen. Das brauche ich. Das nehm ich auch mit.